Wie gehört ein Olli aus Schwarzinger? Ein Olli! Das ist die Grundlage von diesem ganzen Spaß hier. Man nimmt das Brett mit der Nose nach vorne. Das ist der Hahn, gell? Wir fangen an, wie die Füße auf dem Brett stehen sollen, wie der Trickschwert erfolgen soll. Das heißt, der vordere Fuß, kurz vor die Schrauben, bei der vorderen Achse, der hintere Fuß steht ganz hinten auf dem Tail. So, was nun folgt, sind praktisch drei kleine Sachen, die eins werden müssen. Das heißt, zum einen mit dem hinteren Fuß drücken, zum anderen mit dem vorderen Fuß ziehen. Und das Ganze soll kombiniert werden, während das Brett diese Schnappbewegung macht. Jetzt probieren wir es halt mal aus, gell? Also, vorderen Fuß, da die vordere Achse, hinteren Fuß aufs Tail, drücken, ziehen und das Ganze während das Brett schnappt. Also, probieren wir es mal aus. In etwa so. Das Ganze probieren wir jetzt mal ein bisschen schöner zu machen. Und jetzt mit Speed! Das Ganze probieren wir jetzt mal an. Okay. Das ist nicht passiert, dass ich ganz einfach konzentriere und beide Sachen bleiben. Und sich nicht ablenken lassen von all den schönen Dingen, die es sonst noch gibt. Alkohol ist allgemein gar nichts. Sondern sich konzentrieren auf die Füße, sprich auf den Körper und das Brett.